Im Kapitel Internetworking soll es darum gehen, wie es der Name auch schon andeutet, dass wir jetzt verschiedene Netzwerke oder auch Netzwerksegmente miteinander verbinden oder koppeln wollen. Und wenn wir schon über Kopplung von Netzwerken sprechen, dann brauchen wir dafür eben auch entsprechende Kopplungselemente. Die haben auf der einen Seite natürlich die Aufgabe, Netzwerke miteinander zu verbinden. Auf der anderen Seite, und das werden wir gleich noch sehen, haben Sie in bestimmten Situationen aber auch noch andere Aufgaben. Wenn wir das Ganze mal ins OSI-Modell einordnen wollen, dann finden wir auf der Schicht 1, also ganz unten, relativ dumme in Anführungszeichen Geräte. Das ist sowas wie ein Repeater oder ein Hub. Diese Geräte haben keine andere Aufgabe, als ein Signal aufzunehmen, dieses Signal aufzufrischen und genau so dann auch wieder auf der anderen Seite quasi rauszuschicken. Das vergrößert auf der einen Seite natürlich meine Reichweite, es vergrößert auf der anderen Seite aber auch meine Kollisionsdomäne. Da schauen wir später noch mal genauer drauf, erst mal schon mal als Begriff an dieser Stelle. Gehen wir eine Schicht höher im OSI-Modell, finden wir dort die weiteren oder die nächsten Geräte, die nächsten Kopplungselemente und das sind Switches oder Bridges. Die beiden Begriffe können synonym miteinander verwendet werden. Eine Bridge ist letzten Endes ein Kopplungselement auf Schicht 2, welches einen Eingang und einen Ausgang hat. Bei einem Switch sind dies letzten Endes mehrere Ports einfach nur. Jetzt kann man schon sehen, okay, das befindet sich auf Schicht 2 im OSI-Modell. Da kommt schon ein bisschen mehr Intelligenz quasi ins Spiel, denn wir können dort mit Weiterleitungsinformationen arbeiten, nämlich mit der MAC-Adresse an der Stelle. Also auch dort verbinden wir mehrere Segmente miteinander. Wir verbinden dort mehrere Kollisionsdomänen miteinander, die wir durch einen Switch oder eine Bridge aber auftrennen und wir treffen eben Weiterleitungsentscheidungen erstmals. Noch eine Schicht weiter oben finden wir dann die Router und diese Router auf Schicht 3 im OSI-Modell bedienen sich dann eben auch der logischen Adressierung, also der IP-Adressen, um eben Weiterleitungsentscheidungen zu treffen und um Netzwerke, ganze Netzwerke miteinander zu verbinden. Soll heißen, ein Router befindet sich mit einer seiner Schnittstellen in einem Netz und mit der anderen Schnittstelle oder den anderen Schnittstellen, eben in einem oder mehreren weiteren Netzwerken. Ein weiterer Aspekt bei Routern ist, dass wir erstmal sogenannte Broadcast-Domänen bilden. Soll heißen, Bereiche innerhalb derer Broadcasts übertragen werden, aber an deren Grenzen dann eben nicht mehr. Schauen wir uns die verschiedenen Kopplungselemente nochmal in ihrem Einsatzbereich an. Wenn wir dabei wieder unten anfangen, auf Schicht 1 im OSI-Modell, also mit Repeatern und Hubs, dann finden wir dort die Möglichkeit, eben Segmente miteinander zu verbinden, aber eben auch Längenrestriktionen aufzuheben. Wir erinnern uns, Twisted-Pair-Kabel haben eine Längenrestriktion von maximal 100 Metern. Soll sich also mein Netzwerk weiter ausdehnen, brauche ich dort ein Kopplungselement und im einfachsten Fall wäre das eben entweder ein Repeater oder ein Hub. Nachteil davon ist, dass wenn ich solche Kopplungselemente einsetze, sich alle Teilnehmer in diesem Netzwerk die Bandbreite teilen müssen. Also je nach Anzahl von verwendeten Geräten in diesem Netzwerk sinkt für jedes Gerät, für jeden Teilnehmer dann auch die zur Verfügung stehende Bandbreite. Diese Geräte sind heute eben deswegen auch kaum noch von Bedeutung. Auch der preisliche Unterschied zu höher schichtigen Kopplungselementen ist inzwischen so weit aufgeweicht, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Wenn man sich aber dafür entscheidet, Repeater oder Hubs einzusetzen, dann muss man auf bestimmte Dinge achten. Und das Wichtigste dabei ist die sogenannte 5-4-3-Regel. Das sehen wir unten schon mal dargestellt. Abgetrennt durch diese vertikalen Striche haben wir dort fünf, und das ist eben die erste Zahl in dieser Regel, fünf Netzwerksegmente. Diese fünf Netzwerksegmente werden an dieser Stelle eben aufgeteilt oder miteinander verbunden durch vier Hubs oder Repeater. Wichtig ist dabei aber dann auch, dass wir innerhalb dieser fünf Segmente eben nur drei Segmente haben dürfen, in denen sich tatsächlich auch Endgeräte befinden, so wie es jetzt hier dargestellt ist. Gehen wir eine weitere Schicht nach oben. Da haben wir jetzt hier mehrere Netzwerksegmente, die letzten Endes mit Hilfe von Switches gebildet wurden. Es steht schon oben drüber, hierbei handelt es sich um eine sogenannte Kollisionsdomäne. Kollisionsdomänen habe ich immer dann, wenn ich also größere Netzwerksegmente bilde, die nicht voll geswitcht sind, die nicht unter Full-Duplex arbeiten. Und dann bilde ich eben eine solche Kollisionsdomäne, soll heißen, an dieser Stelle muss eben auch wieder unser Zugriffsverfahren, CSMA, CD haben wir ja schon kennengelernt, zum Einsatz kommen. Kollisionen lassen sich dabei aber nicht komplett vermeiden. Also an dieser Stelle haben wir eben eine relativ große Kollisionsdomäne, die gebildet wird in diesen einzelnen Segmenten durch verwendete Hubs. Wenn ich diese Kollisionsdomänen verkleinern möchte, dann kann ich das nur dann machen, indem ich intelligentere Kopplungselemente einführe, nehme ich zum Beispiel so etwas wie einen Switch. Einen Switch haben wir schon kennengelernt, die treffen eben Weiterleitungsentscheidungen auf Basis der MAC-Adresse und wir sehen das hier mal in einem Beispiel. Wir haben links den Rechner A, wir haben rechts den Rechner B. Die haben beide eine MAC-Adresse und die Switches, an denen diese beiden Geräte hängen, die pflegen eine sogenannte MAC-Adresstabelle. Das ist das, was wir oberhalb dieser beiden Switches sehen. Wer jetzt also Rechner A mit Rechner B in irgendeiner Weise kommunizieren möchte, dann würde er seine Daten an den Switch senden. Der Switch schaut nach, wo ist die MAC-Adresse für den Empfänger. Das steht jetzt in diesem Falle, den erreiche ich über den Port A1, das ist also die Verbindung zu dem anderen Switch und dort würde eben der jeweilige Switch dann nachschauen, wo finde ich jetzt an welchem Port meinen Rechner B und ich brauche natürlich auch die Informationen für den Weg umgekehrt. Sollte ein Rechner nicht bekannt sein, würde ein Switch das rausfinden, indem er einfach einen Broadcast ins Netz sendet und sich anschließend eben die Antwort merkt, auf welchem Port ist die eigentlich eingegangen. Nun, wie gesagt, um Kollisionsdomänen aufzubrechen, brauche ich eben Switches. Das kann man jetzt so darstellen. Wir haben also unsere weiteren, weiterhin unsere fünf Segmente, die über Hubs miteinander verbunden sind und wir haben jetzt dazwischen aber mal einen Switch gesetzt und dadurch entstehen jetzt eben zwei Kollisionsdomänen, nämlich eine oben, eine unten. Das heißt, nur in diesen Bereichen würden eben entsprechend Kollisionen auftreten. Was wir jetzt aber an dieser Stelle nach wie vor haben, ist eine sogenannte Broadcast-Domäne. Das soll heißen, würde aus diesen Kollisionsdomänen aus diesen Netzwerksegmenten einen Rechner einen Broadcast senden, dann würde der auch unseren Switch überspringen und wir hätten trotzdem einen Broadcast über diese Grenze, die der Switch quasi darstellt für die Kollisionsdomäne, hinweg. Das Ganze haben wir auch nochmal dargestellt in diesem Schaubild. Das heißt, wir haben dort unten einen Rechner stehen, der schickt jetzt einen Up-Request ins Netzwerk. Also, der möchte wissen, welcher Rechner arbeitet mit welcher IP und welcher MAC-Adresse. Und der schickt eben diesen Broadcast ins Netz und wir sehen jetzt auch schon, über diese drei Switches, die wir dort haben, hinweg würde dieser Broadcast sich eben in mein gesamtes Netzwerk verbreiten. Was ist jetzt an der Stelle die Lösung für dieses Problem? Denn unter Umständen möchte ich auch Broadcast-Verkehr minimieren hinsichtlich der Performance meines Netzwerks. Nun, wenn wir nur Switches, also nur bis zur Schicht 2 Geräte einsetzen, dann haben wir eben Broadcast-Domänen. Soll heißen, alle Broadcasts würden über diese Switches hinweg verbreitet werden. Nehmen wir jetzt mal diese Verbindung raus zwischen den beiden Switches, hätten wir eben nur noch, oder hätten das Ganze aufgeteilt in zwei Broadcast-Domänen. Aber unter Umständen möchte ich auch über eine Broadcast-Domäne hinweg mit anderen Rechnern kommunizieren. Und dafür brauche ich eben dann ein Kopplungselement der dritten Schicht im OSI-Modell, nämlich eines Routers. Dieser Router würde dann eben diese beiden Segmente, diese beiden Broadcast-Domänen, diese beiden Broadcast-Domänen auch dadurch miteinander verbinden. Wichtig ist dabei, in der Regel habe ich dadurch eben zwei unterschiedliche Netzwerke, die auf Basis ihrer IP-Adresse eben voneinander getrennt werden.